Auch schon wieder völlig krass, ne? Also, ich habe Windows 8.1 64 Bit jetzt installiert auf meinem PC, ne? Weil das andere Windows irgendwie komisch funktioniert hat, gell? Jetzt ist komplett alles anders, Alter. Normalerweise muss ich 200 MBit Download haben. Ich habe 8,52. Normalerweise muss ich 12 MBit Upload haben, das passt. Und 22 Millisekunden Reaktionszeit passt auch, so. Aber, das Krasse ist, ich habe das Programm Discord jetzt auch installiert, habe mein Passwort auch neu gemacht, mein Passwort war irgendwie verändert. Und Alter, komplettes Gangstocking macht es schon wieder mit mir. Und die Leute reagieren auch komplett anders. Die sind alle irgendwie komplett anders drauf, außer die in meinem Kopf. Jetzt ist schon wieder alles total verändert, nur weil ich Windows 8 drauf gemacht habe, statt Windows 10. Das ist so vorher, Vorkonfiguration. Und Alter, in meinem Bauch weiß ich nicht, was da abgeht. Siehst du das? So hole ich Luft. Jetzt habe ich keine Luft geholt, gar nichts, Alter. Da ist irgendwas drin. Und es fühlt sich ja die ganze Zeit übelst warm an. Und wie wenn ich gleich platze, Alter, weiß ich nicht, was da los ist, Alter. Es ist schon wieder komplett alles anders, Alter. Meine Zahnschmerzen sind weniger geworden. Aber jetzt ist es in meinem Bauch übelst krass, Alter. Ich weiß nicht, wie ich das deuten soll, meine Fresse. Und ich habe einen Versuch gemacht. Ich fange jetzt hier mit Versuchen an. Ich habe den einen oder anderen Versuch gemacht. Habe ich jetzt hier eine Versuchskiste. Da tue ich jetzt ein paar Sachen dokumentieren. Untersuchungen zur allgemeinen Sicherheit. Das ist mir einfach wichtig. Habe ich hier Alufolie, Edeka, Wolkenrasen Sonneberg. Organisch nehme ich an. Kristalle aus Kristallzucht für Kinder erhitzt. Habe ich X gekennzeichnet. Dann habe ich die Kristalle aus Kristallzucht für Kinder unerhitzt. Und dann habe ich unbekannten Kunststoff noch eingepackt in diesem Paket. Mal so als Beispiel. Dann habe ich hier Tests zur allgemeinen Bestimmung der Sicherheitsrichtlinien Planet Erde CMS Master of Universe 12.4.2019 A1. Aus einer Lösung von Rohrreiniger, Fensterputz und Zidigol C, das ist Mundspülung, entsteht einmal eine kristalline Substanz A1. Das sind so kleine Kristalle entstanden. Die habe ich da reingepackt. Und es löst sich Alufolie darin auf. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich Rohrreiniger ist da ziemlich scharf. Ich vermute, weil diese aus organischen Bestandteilen besteht und lebt. CMS 2019. Also wie gesagt, ich probiere jetzt auch die eine oder andere Reaktion, weil die Stoffe verbinden sich gar nicht so richtig, wie sie sollen. Und hier habe ich noch einen Xperia-Akku, der kaputt war, auseinandergelegt für einen Xperia 12. Und da sind irgendwelche kleinen Chips mit drin. Und ich sage euch, Alter, ich vermute, dass dieser Akku vom Xperia X12 mit diesem Chip, der da drin ist, muss ich mal genau untersuchen, schon damals GBS-Signale gesendet hat und meinen Standort übermittelt hat. Und quasi, dass die mich ermitteln und foltern, schon damals möglich gemacht hat. Deswegen, das steht für mich im Untersuchungsding. Hier soll ich meinen Kumpel einen Hasen malen, aber der ist heute nicht gekommen und hat ihn abgeholt. Schade, schade. Na ja, und hier wollte ich euch mal zeigen, meine, 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 ähm, meine Kreativecke. Ja. Sind hier ein paar kleine Figürchen, mit ein paar Menschen in Verbindung, weil ich mir da ein paar Sachen gedacht habe. Da muss man halt mal sich selber so ein Bild machen und sich mal überlegen. Hier zum Beispiel, der steht dafür, mit dem will ich zeichnen, Alter, dass die Endmen auf die Fliegen hocken, Alter, mit der Kamera und hier dokumentieren, ja. Das soll Respekt verschaffen, dass ich weiß von denen, weißt du. So habe ich mir das gedacht. Oh, hier, ich habe Besuch gekriegt. Okay, also mach es erstmal gut. Ja, hier bin ich, ne. Und ich muss aber hier, ohne Scheiß, wenn ich mein T-Shirt über den Bauch lasse, ja, Moment. Moment, wenn ich mein T-Shirt über den Bauch lasse, ja, dann ist das in meinem Bauch noch viel, viel komischer. Deswegen habe ich das so hier hinten rumgeklemmt. Übelst heftig, keine Ahnung, Alter. Ich weiß nicht, was die würde alles mit mir machen, aber die foltern mich den ganzen Tag. Heute haben sie mir übelst Zahnschmerzen gemacht. Hier hinten an meinem Backenzahn wollten sie mir weismachen, dass meine Zahnärztin Fusch gemacht hat. Hat's aber nicht, hat eine normale Füllung rein. Die machen mir bloß im Kiefer, im Nerv, übelst die Zahnschmerzen. Und hier unten, gucken wir, wie schwarz das ist. Hier. Das ist auch komplett von alleine gekommen. Weiß ich nicht, was die da mit mir machen. Was die jetzt, mein Bauch, Alter, fühlt sich an. Ohne Scheiß. Da ist aber irgendwas drin, was raus will, so ungefähr fühlt sich's an. Weiß ich nicht. Aber ich sag mir einfach, es sind eh alles nur Gefühle. Und ich hoffe halt, dass es gut bleibt. Weil, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich hab keine Drohung, kein gar nichts. Ich muss das alles komplett nüchtern ertragen. Ich will mich auch nicht betrinken oder irgendwas. Das ist halt, das ist halt nicht so leicht gerade. Aber, ich wollte auf jeden Fall mal wieder ein Video zeigen. Jetzt hier auf meinem Ausgleichkanal. Ähm, weil, mein Hauptkanal ja gesperrt worden ist, weil ich im Stream eingeschlafen bin. Hä? Da wäre angeblich irgendwelches Videomaterial, wo, äh, nicht, ähm, äh, okay wäre. Und die Richtlinie verletzt. Jetzt, Leute, ich hab einfach nur über mein Leid berichtet, ja, dass ich gefoltert werde und geerntet und was weiß ich, hä? Und im Endeffekt war ich dann so fertig, Alter, bin ich dann so müde geworden im Stream, dass ich eingeschlafen bin und die Kamera mich gezeigt hat, wie ich schlafe. Und da muss ich wohl ein bisschen gezuckt haben, da ist sogar die Polizei gekommen, ja? Und hat, ähm, 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 gefragt, ob alles okay ist, hä? Weil da irgendjemand besagt angerufen hat und, und, aber sonst war da nix, Alter. Und da hätte ich angeblich die Community-Richtlinien verletzt. Was ist denn da los? Man hat aber in dem Livestream, glaube ich, auch eine Mutti mit Kind gesehen, hä? Und deswegen war sogar der sozialpsychiatrische Dienst bei mir und hat sich erkundigt, ob alles gut war. Aber da war ja die Mutter von dem Kind mit da, ja? Verstehst du? Also, das Kind war dann allein mit mir, also überhaupt kein Problem. Da waren keine Drohungen, keine Betäubungsmittel, gar nix vorhanden. Ich bin nur gefoltert worden und das Kind versteht das halt. Das hat ein erweitertes Bewusstsein in seinem Alter. Deswegen, wo ist denn da das Problem, frage ich mich? In der heutigen Zeit ist sowieso alles total abnormal, Leute. Echt, ohne Scheiß. Muss man sich echt Gedanken machen, Alter, wie man da klarkommt. Aber, ja, ich weiß nicht, warum die mich foltern, Alter. Das verstehe ich nicht, gell? Das ist so komplett ohne Sinn. Weil sie damit nur erreichen, dass ich halt über die Wahrheit im Internet jetzt öffentlich bei euch rede. Und einfach die Sache, wie will ich sagen, wie mein Kumpel sagt, liege, einfach darüber rede, die Wahrheit ans Licht bringe, fördere. Versteht ihr? Das, was im System in der ganzen Intriganz fehlt, dass einer ehrlich ist, das mache ich. Kein Problem. Aber das darf ich auch. Da habe ich mir komplett von allen Seiten das Okay dazu geholt. Also verstehe ich nicht, warum die mich foltern. Weil je mehr die mich foltern, desto mehr muss ich doch von denen Preis geben. Weil ich doch auch das als, wie will ich sagen, Waffe gegen die benutze. Ja? Wenn die mich foltern, dann rede ich darüber, was die mit mir machen. Ganz klares Ding. Ich lasse mich doch nicht foltern und halte an die Fresse und nehme das hin. Ist nicht. Und das sollte jeder so machen. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö.